So Ist der jetzt verbessert? Das hat mir jetzt gebaut... nichts Oh, ich freu mich schon aufs Schlaf Achso, jetzt wird er halt auf Tech 3 Weil Tech 2 hatten wir halt so ein bisschen übersprungen Da gab es Raketenbot, halt den 2 Techniker Raketenbot, schwerer Panzer, Amphibischer Panzer Mobile Luftabwehrartillerie, mobile Raketenwerfer Mobile Tarnfeldsysteme und mobile Bombe Jetzt gibt es Techniker, Angriffs- und Belagerungsbot Gepanzerter Angriffsbot und schwere mobile Artillerie Ich kann natürlich immer noch die Sachen von 1 benutzen Hi Wir nehmen gerade auf Deppverlimuti Kommt vom Einkaufen zurück Okay Jo Jo Hast du ein bisschen Masse, Luis? Hast du mir gerade Masse gegeben? Danke Danke Ja, meins wird wahrscheinlich auch gleich besser sein Ich bin immer noch stolz auf meine Abwehranlage Mach das Jetzt schon? Nein, brauchst du doch gar nicht Mach doch erstmal deine Sachen Sache fertig oder oder Keine Ahnung Ich finde hier schade, dass die Roten jetzt weg sind Echt? Wo? Was? Ja Eben Stimmt Nee, wir sind ja nicht verwendet mit denen Ah Ah Ja, ja Ja, ja Ja, ja Oho, jetzt hab ich glaube ich Tisch 3 Habe ich auch gerade 5 Stück immer Standard Ey, passt perfekt Cool So, 1 Weg Du wirst auch Du wirst jetzt 1 Und du Machst Hier nochmal die Reihe fertig So Und 2 3 Macht hier nochmal Äh Sagen wir 3 oder 2 rein Leichte Stromgenerator 1 4 So So Und So Gut Du machst den mal auf Verstehen So Und jetzt habe ich glaube ich alle Bis auf einen Untätigen Techniker Den ich gerade nicht finde Ach da Hä? Wo denn? Ach da Hä? Ach der Der nette Mann Gute kurz Lücken füllen Entschuldigung Oder Oder verdoppeln Oder Keine Ahnung was Na Lücken füllen ist ganz gut glaube ich So Ist auch noch was zu tun Verteilungsanlage verbessern Ach ich habe ja eine Artillerie Stellung Deswegen sind sie hier alle Ach die mache ich mal auf Pause nicht Ich will ja Feuer einstellen kannst Einfach nur mal Da drauf schießen Feuer einstellen Feuer einstellen Die hier mal so ein bisschen Schild aufbauen können auf alles Soll ja ein bisschen gehen ne? Soll ja schließlich Ein bisschen Ein bisschen Gehenheit ne? Ja gut machen wir gleich noch einen von den Fetten Ich denke äh So das sind nämlich fette Das sind fette Ionen Reaktoren Ja Leuchtet es weiß Weißt du Ja Ja Sieht gut aus Finde ich gerade meine Fabrik hier Meine Masse Zeugs Krams Okay Zwei Was Ja Ich weiß Habe ich auch Zwei stück Willst du mal meine anlage sehen? Ja Gut ja nicht Trotzdem zeig ich es dir Und den anderen Gucke 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 Ja komm Machen wir es nicht so genau Ne Ich meine ich brauche den Strom auch Ja das weiß ich Dass du den nicht brauchst So Ja dafür baue ich auch noch ein bisschen Masse und so Ne Ne Auch ja Ich habe gar nichts im Lager doch 800 irgendwas 600 meinst du Hä? Achso Achso ihr könnt äh Dem helfen Weil der sich mal verbessern soll bitte Seht das euch mal an Das sieht richtig cool aus wenn der verbessert ist Na Das ist ganz zu viel haben wir auch noch Dauert Dauert Ich habe leider gar nichts ich habe ein Masse aber der wird ständig verbraucht Also den verbrauchen sie noch nicht mal weil sie wissen dass es nicht reicht Aber gleich habe ich noch einen Masse Extraktor äh Masse Fabrikator Ja Ja ich mache auch Masse Extraktor Tech 3 gerade So sieht der aus Ja Der hat dann so Zacken und die klacken dann alle ganz schnell zusammen ist richtig cool Was sind die jetzt noch drin rum aber Er ist jetzt halb fertig Die klappen noch um Ok eins hört auf und Fährt mal dahin So Die klappen jetzt alle ganz langsam um Wenn eins natürlich da ist gehts natürlich schneller Masse Jo Es ist mehr wie ein Masse Extraktor Tech 1 Bussch Bussch Sieht cool aus Jo Danke 3 Ich Leute r Achso! Nein! Gut, äh... Hehehe! Entschuldigung! Ich habe Puls. Wie weit sind die hier? Ich brauche auch so ein paar Masse-Energy-Generatoren. Also Fusions-Reaktoren. Hübsch gefällt mir. 10 Okay. Warum bei der Dämonen glänzbar ist zwar auch nicht, ne? Die sehen auch cool aus, die Fische. Naja, ich glaube, ich habe das Spielsystem noch nicht so ganz verstanden. Was habe ich hier jetzt gebaut? Ach, von denen. Gut. Ach, ja. Weil ich habe was vor. Was brauchst du da noch schönes? Oh, ja. Ja. Ich habe eins ein bisschen systematisch gemacht. Ja. Ein bisschen nach System gebaut. Hübsch. Hübsch. Hübsch, ne? Energie-Schweicher. Noch eine Energie-Schweicherei. Ach so, dass das, dass sie mehrere... Ops. Dass sie mehrere haben. Äh, das mache ich. Mit, 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 mit. Großschreib. Aber nicht, nicht die, nicht die Großschreib-Dauer-Dings. Sondern die Großschreib-Dauer-Dings. Also die Großschreib-Taste. Zum Großschreiben. Tab heißt sie, glaube ich. Ich nicht. Ist mir aber auch egal. Warte mal, dass die so ein bisschen richtig Massaker machen hier, aber... Ne, die machen jetzt ein paar Generatoren für... Für... Das, was ich noch nicht habe. Was ich aber auch gleich baue. Haha. Einmal bitte ausschalten. Heißt, ich brauche noch einen Stromgenerator. Ach so, ach so. Ach so, ach so. Ach so.